So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten iPhone Gameplay Video. Heute über ein kleines lustiges Rennspiel namens Gromag Rally. Gromag kommt von, soweit ich weiß, von Gromagnor. Und das war ein Vorfahre von uns, kann man so sagen, nämlich ein Steinzeitmensch. Und genau in diesem Spiel geht es auch darum, um Steinzeitmenschen. Nämlich um eines Steinzeitmenschen Rally. So, und jetzt sind wir im Hauptmenü und da gibt es drei Button. Einmal den Infobotten, das sind die Credits. Dann Help. Das führt uns auf die Pangea Soft Seite. Und wenn wir wieder im Spiel sind. Gibt es hier auch noch More Games von Pangea Soft. So, press Settings. Kann ich dann die Musik ein- und ausschalten. Auch die Lautstärke, die Soundeffekte ein- und ausschalten. Lautstärke. Die Schwierigkeit. Dann diese Intensivität. Und ja. So, und dann klicken wir mal auf Playgame. So, jetzt können wir hier unsere Strecke auswählen. Desert, Jungle, Glaciers. Also irgendwie so. Asset. Dann hier gibt es auch so eltertümliche Sachen wie hier. Dass es irgendwie Ägypten oder sowas in der Art. Hier chinesische Mauer. Das hier, ne, das hier sehr gibt, ne. Das hier ist Mittelalter. Wikinger. Und so unter Wasser gibt es auch. Also insgesamt gibt es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Strecken. So, dann nehme ich am besten mal. Nehme ich mal. Was nehme ich? Nehme ich mal Mediable. So, jetzt kann ich mein Auto aussuchen. Dann gibt es auch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Autos. Auch wirklich lustige dabei teilweise. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Da unten steht noch, wie schnell sie sind und co. Jetzt kann ich nur aussuchen, ob männlich oder ein weiblicher Stand sind Menschen. Ich nehme jetzt mal den männlichen. So, dann sehen wir hier unten, da ist ein Pfeiler, wo man vorfahren muss. Da drunter gibt es auch einen Zurück-Fahr-Button. So, hier sieht man schon, da kann ich Extras auswerfen, die ich eingesammelt habe. Zum Beispiel kann ich mit Knochen werfen. Und der Feuerwerkskörper gibt es hier auch. So, jetzt kann ich mal rückwärts fahren hier. Jetzt bin ich vierter, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist fast schon letzter. So, die Steuerung ist auch zur Zeit relativ eingeschaltet. Ich schalte das jetzt einfach mal ein bisschen runter. Wir sehen, es ist schon ein bisschen besser. So, und das ist eigentlich, es gibt doch keine Karriere oder irgendwie, es ist eigentlich nur kleine Rennen auf insgesamt acht Strecken mit zehn Autos und zwei Personen, also männlich und weiblich. So, gut, das Spiel kostet zwei Euro und 39 Cent. Dann kommen wir mal zum Fazit. Also, ich finde es eigentlich ganz lustig. Es ist schon relativ alt. Ich glaube, es war so eines der ersten Spiele, die es so für das iPhone und den iPod Touch gab. Also, wirklich eines der ersten besten Spiele. Damals war das wirklich so eines der besten, was man haben kann. Die Grafik ist jetzt eigentlich immer noch okay. Deswegen gebe ich der Grafik vier von fünf Sternen, auch wegen der lustig zusammengepassten Autos und der Weltschlut. Es ist halt so ein bisschen im Stil von Mario Kart und solchen Rennspiel-Tux-Kart. Gibt es auch kostenlos für Mac und PC. Ist auch so ein kleines, so ein Stil. Und, ja, gut, dann Ton kriegt von mir auch vier von fünf und Singleplayer-Modus auch vier von fünf. Multiplayer-Modus gibt es nicht. So, kommen wir zu Positiv und Negativ. Also, Positiv ist an dem Spiel, also man kann es auch zwischendurch schnell gut spielen. Es macht Spaß, weil es auch lustig gestaltet ist. So, kommen wir zum Negativen. Die Steuerung, ja, okay, die kann man jetzt einstellen. Ist aber manchmal auch ein bisschen sehr empfindlich. Oder manchmal rückt und dann ist man gerade irgendwie fast schon eine 180-Grad-Drehung oder so. Ja, ist halt manchmal ein bisschen wild. Kann man aber auch alles noch einstellen. Und mit der richtigen Hand funktioniert das dann auch ordentlich. Sondern, ja, ich finde den Preis ein bisschen zu hoch für das, was es leistet. Also, ich hätte, es kostet ja zurzeit 2,39 Euro. Ich würde so, ein angemessener Preis wäre 1,59 Euro. Und wenn nicht sogar 1,79 Cent. Wobei 1,59 Euro kann man schon wirklich dafür verlangen. Aber 2,39 Euro ist ein kleines bisschen zu teuer, finde ich. Aber, ja. Gut. Was noch ein bisschen negativ ist, ist, dass da keine Strecken und so. Also, ja, es gibt schon acht Strecken. Aber auf Dauer könnte es ein bisschen langweilig werden. Deswegen empfehle ich mehr Strecken. Gut, aber es gab auch länger kein Update mehr. Ich befürchte, da wird auch nichts mehr kommen. Und, ja. Gut. Das war's. Bis zu meinem nächsten iPhone-Gameplay-Video. Tschüss.